So, die nehmen gerade auf. Für Facebook. Na sicher. Hake, und ja, wicke mal für Facebook. Hier, hier, fein, schön, schicke auch, bitte. Wir sind hier gerade bei McDonalds. Wir warten schon seit Ewigkeiten auf unser Essen. Das ist auch froh und fröhlich. Ja, danke schön. Eigentlich verstecken muss ich Ihnen leider nicht bringen. Wie? Das macht er nicht. So, jetzt schmeckt das so. Danke. Ja? Danke. Muffin. Macht er nicht. Vielen Dank. Ich muss mal drücken. Ich hab mich auch voll gefressen. Aber herrlich. Schmeckt nicht besser, ne? Herrliches Wetter. So, das war morgens halb 10 in McDonalds. Morgens halb 11? Achso, halb 11. Na gut. Und fahr auf der B3, wir müssen einmal drehen. Einmal drehen? Einmal drehen, bitte. Gehts? Unfall. Ey, Junge, weg mit! Leider drehen, ein Unfall. Geht nicht, gibt's nicht. Wir fahren jetzt noch, wo fahren wir jetzt lang? Ne, wir fahren jetzt über Dings. Am Arsch hängt der Besen, ey. Ja, ey. Maul! Nicht scheiße, ey. Wie über Dings. Na, oah. Stell dich nicht so ein. Ne, ich fahr nur diese Strecke. Ne, also kann ja wohl nicht wahr sein. Über Heimbrot, oder was? Ne, ja, wir fahren jetzt über Richtung Schalke raus. Am Arsch hängt der Besen, ey. Fick's auf deine Mutter, ey. Na. Ja. Schöner Placki. Ja, das ist morgens um elf. Ja, Feuerwehr, Fischi. Alles da. Alles da. Ich komm hier immer zum Urteil. Das ist weg. Aber wenn alles so einfach wär, dann hätt man ja mal... Auch hier auch noch. Hätten ja bei meiner Freundin Kaffee trinken können. Aber wenn alles so schwierig wär, dann wär ich auch bei der Bundeswehr. Ja. Dann rufst du doch an. Du rufst an, du bist witzig. Zeig ich dir, wo lang. Ne, keine Ahnung. Einmal, ich spreche. Konnt ja auch nisch, wahr? Bleiben sie ruhig. Ich weiß nicht. Dann muss er überhaupt noch auf die Nudel hin. Muss er sich erstmal über Nudel denken. Oder muss er mit seiner Nudel spielen in der Mitte. Bis zum nächsten Mal.